hallo meine freunde und prozenten zu der neuesten und frechsten ausgabe von pokémon wir sind hier in der silvko stehen geblieben und werden sie hoffentlich heute schaffen vielleicht ist auch was dauern vielleicht haben es auch nicht aber ich gebe mein bestes dass wir es heute schaffen und die musik rast auch schon aus denn wir sind auch schon bald durch hier mit mit der silvko warte gibt es da weiter weiß gar nicht ob man da bei ihm noch irgendwas ist scheint so an jeder oben ist dieser dinge der typ nur kann das sein darum ist der typ da nicht durchlässt ok das war sehr komisch haben sie mit dem normaler würde sich schwachstellen deiner pokémon und besiege sie nein das tust du nicht denn ich mache das gleiche gegen dich ein voltoball da haben wir doch die geheimwaffe die besten der besten geheimwaffe sonder nun mein sonder hast du keine chance ja ich habe echt die hoffnung dass wir das heute schaffen aber ich persönlich glaube es eher nicht dass wir das nicht schaffen leider aber ich gebe die hoffnung nicht auf dass wir wahrscheinlich zum boss rüber gehen giovanni wir haben ja schon mal besiegt ich kann ich sagen hier werden wir auch auf jeden fall mindestens einmal noch besiegen vielleicht ist zu viel gesagt oder ich weiß nicht ja aber zu dem müssen wahrscheinlich hin aber erst mal den türöffner sonst können wir ja gar nichts machen dürfen wir von irgendeinem typen irgendein typ sagt dann hey besiegt mich und du kriegst die türöffner sprich ich bin nochmal an dann sprichst du an und dann kriegt man es glaube ich so war es glaube ich oder ich bin mir jetzt gerade ziemlich unsicher aber ich glaube so in etwa war das level 40 ja geil gut mit level 40 ist dann hast du richtig okay keine pme dafür schaufler können wir machen muss aber heute den gleichen effekt haben nur dass es jetzt war unten braucht ich habe immer gefragt warum schaufler keine vm ist mit dem kann man doch mit schaufler hätte man noch vielleicht so machen können dass man vielleicht vergrabene items fangen bekommen kann ähnlich wie in marion luigi war doch richtig cool ich hörte ein kind auf dem gebäude herum das muss wohl du sein nur weil ich zehn jahre alt bin heißt es nicht dass ich nichts kann ja eine punkte sind stark und du mit einem lächerlichen aber auf level 33 hat keine schauung singen mein relaxer auf level 39 ich habe jetzt um diese level 10 buchung gehabt ganz vorne das wäre das für lustig gewesen kopflos da ist das überblick aber jetzt gibt es die kopflos beim und da ist er nicht da und weil er noch überleben will ich bin paralysier das fakt aber es dauern immerhin wir haben ja eh erholung für den fall schluss aus damit dir kommen wir kriegen item ja hier muss man hin türöffner geil jetzt kommen wir weiter jetzt 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 haben wir sogar die große chance spiel durch so da kommen wir jetzt nicht durch jahre kinder war das diese stelle ich dachte schon irgendwie stelle war das so das war diese anscheinend ja dann können wir nicht hier und zwar irgendwo ich glaube ganz oben oder so vielleicht auch mal nicht bingo der tüfe noch hat die tügel aufgeriegelt das ist eine abkürzung machen wir die mauf warum auch nicht oder haben wir den forscher genug von deinen dummen spielchen oh gott jetzt rastet er aus was ich will mit dem als erstes bekämpft was wäre denn dann ein magnetilo auf level 29 nur ach komm ich fick dich weg man was keine chance gib auf gibt einfach auf donner schock dein ernst du denkst echt donner schock würde jetzt hier noch gegen meinen sander irgendwas ausrichten kann man so was denken soll er noch eins ok und smog on das kann noch unser top aus kommt aber es können auch mal wieder kämpfen ist ja auch erst level 38 kann man bis in die 37 nur das ist richtig schwach hier weit das kann nicht sein das muss es ein bisschen leveln ich habe es auch irgendwie kaum draußen das ist nicht so gut das ist nicht so zerstöre ist und jetzt weiter ich habe echt die hoffnung dass wir das dieser folge schaffen ist damit wir dann die sechste arena schon machen können wir haben erst von ein paar folgen nicht wochen sondern folgen die letzte arena gemacht und dann können wir jetzt vielleicht schon die nächsten mal bingo aus wo würde mich das hin irgendwo machen wir mal auf die bewegung oh hey ich hab dich gerettet man ich leute hilfe ich habe angst gut ich dachte ich dachte ich dachte das ist automatisch dass sie irgendwie hingeht dass sie halt raumiert wurde was ich weiß nicht das team market hat die kontrolle über sylfgo übernommen no shit sherlock kommst du darauf hätte ich nicht gedacht ein mach rollo das haben wir auch schon nicht mehr gesehen aber das sagt sie ziemlich gut gegen oder nicht mit ranken gibt oder nein war es nicht war klein schon gewesen egal dazu kann aber trotzdem mal wieder kämpfen die können hier einfach alle nichts was sie sind so easy das ist so gemacht dass man hier keine probleme alles locker ist man locker geht um leid wenn das projekt wird auf jeden fall sieht das programm auf jeden fall länger als 40 folgen ob es mehr als 50 folgen kann vielleicht sein wäre möglich sagen wir so wäre möglich wo sind wir denn jetzt hier wer war mit oder nicht hier waren wir waren wir oh hier ist noch was neues ich bin einer der vier berüchtigten team rocket brüder das ist der zweite okay das ist der zweite ich glaube in der zweiten gen da sind die dann automatisch dass also die sind einfach direkt auf dem weg ich glaube es ist ja auch auch so teilweise mehr oder weniger mich regt es auf das satis ap so wenig sind so es nervt echt dann kann ich das nur ein bisschen so ein paar mal benutzen und dann nicht mehr aber immerhin eine art pflanze aber zumindest haben wir pflanzen pokémon ich wollte es ja eh ich wollte es ja eh mal irgendwann mal ausprobieren so als tiermitglied zu haben so ein satzenier ein maschock wenn wir irgendwann mal ein macho mal sehen vielleicht warum als eben maschock mit vier händen und ist die coole aus schütz fuß kick ja nee nee kein vorken kann kein vorkenblick jetzt mal anspucken und dann haut er ab nein ich bin raus jetzt haben wir die hälfte der pocket brüder durch was haben wir hier bitte hilft mir schau dir an den feigling okay sie müssen deswegen unserer pokémon produkte auf die self core abgesehen haben auch stimmt die kriegen wir kriegen wie das seltenzeit im spiel ja aber lieber dass die rocket hat die kontrolle über das gebäude übernommen dass die rocket benutzt die pokémon bei dem versuch die welt zu erobern das ist nichts neues du wachst es dich dem team rocket zu widersetzen ja immer drei stück aber nur schlechte pokémon zeig mir mal ein bisschen irgendwas wo ich schon ein bisschen verzweifeln muss das ist ja alles locker trotzdem ist das alles richtig krass easy keine chance hier und zwar paralysiert es hat dauert das jetzt wenig und ich bin dann noch verwirrt und paralysiert aber trotzdem hat er keine chance ein hit wenn ich ein hit lande dann ist er da und bärm noch eins was macht man wenn dann super stirbt richtig das ist das andere super dann das werden wir auch noch mal bei einem sehr starken gegner sehen ja ungefähr am ende des spiels werden wir das auch noch mal erleben das ist ziemlich abfakt kann ich sagen aber ja ich frage mich wann gary das nächste mal kommt ich weiß auf jeden fall dass man den an der liga noch mal kurz bevor man in die liga geht kämpfen kann einmal am anfang gespielt und am ende des spiels kann man den norma wird dort und die sind auch die lippe und sind dann auch mehr oder weniger im level halt weil das spiel weiß nämlich dass man am anfang unabwenden kann und am anfang ist auch richtig stark weil man ja auch nicht wirklich andere pokémon hat auch junge jetzt macht ihn doch dauerung wehe du machst ihn jetzt dauernd dank du elender verräter warum mich ein verräter ich bin doch wenn die woche mitglied ich bin zehn ich bin kein team mit sieht ich bin eine zehn das macht Sinn bingo jackpot items kp plus kommen sitzen wir das ein das ist das was ich denke was ist das kp plus wo ist das wer mehrere ich dachte schon das wäre ein neues item ja ok doch dann war es vielleicht doch ein neues item ich habe keine ahnung ein item müssen wir jetzt aber verschwenden den topdrang würde ich sagen verschwenden wir ich werde ich werde ich nicht drum trauern ein x treffer geh mir weg mit diesen scheiß x teilen ich benutze die nie habe sie noch nie benutzt und werde ist nie tschüss so kommt du willst kämpfen dann hau raus hau raus den schlechten pokémon dieser verdammte präsident warum will er ausgerechnet mich nach tixi schicken tixi was ist das tixi hab ich nicht von gehört jetzt mal no joke fünf pokémon nein warum bestraft das spiel mit solchen schlechten tränern finale dein ernst damit dann noch mal rein wow das hat es gebracht oder 39 satze kugel smorgon nachkommt sein also smorgon kann kann selbst verstörung die schutzschild oder finale oder exklusion ich finde ich so unnötig irgendwie ich bin da kommt das pokémon noch mal zerschaufel ich weg und wer sagt jetzt das kugeln schwebt die klein aber das war ja noch nicht so ha da mal das gleiche pokémon nur die vorentwicklung trotzdem hat es immer noch keine chance alles boi ist okay ja zumindest es ist sehr sehr schwach was die sache schneller macht man echt einfach nur schon im team warum nicht das verschwenden zumindest keine ab jetzt meinen schaufler weil mein schauffler ist wert und ein paar erfahrung abgesagt kämpfen und pokémon erwartet ich habe ich erwartet nachdem gehen wir dann die nächste tage wie lang leck truppa leckte mimo lektor regt mich immer so krass auf weil elektrisch so ein abfahrt kaputt man wie ich finde das ist so ein pokémon ist so krass ab wenn es will wenn 33 glaube ich kann es nicht so krass abfacken aber es kann schon abfacken aber es ist da und da gehen wir damit auch weil er keine anderen pokémon hat der schwächling die wacke ist scheiße so schwächlich schwach schwächliches pokémon ok ich hoffe wir sind jetzt bald endlich am ende ich habe kein bock mehr bitte das sieht gut aus aber ja hier muss ich auch noch machen die muss auch noch alles aufräumen ich bin einer der fehlberüchtigten topo der dritte der dritte wir kommen die wende zu dass er dritte zwar ich weiß müssen wir die besiegen ich weiß es nicht aber ich mache es zumindest mal okay nachdem wir den besiegt haben wir nur noch einen das ist doch gut bärm und das tragosso ist bärm und noch ein tragosso abwechslung nicht mal eine erwerbe unterschied aber nur copy paste das wird bringen das war aber ein toller bruder mensch 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 tut mir leid brüder ok ich habe jetzt mal ein safeset gesetzt bingo was war das denn gerade? ok wir sind wieder zurück der typ der steht da immer noch enttäuscht mich nicht tm bitte enttäuscht mich nicht so schmeiße ich dich weg ich weiß es weg schwertanz nein es hat mich zwar nicht enttäuscht aber es gibt schlimmeres ja ich hätte schlimmeres bekommen ich würde nur tmc auch wirklich sagen sie könnte interessant vielleicht benutze ich die mal äh hier haben wir einen eigentlich auch was auch immer kalzium macht ich setze es einfach äh nein äh du bist es habe dünner kiste eh nur meine merke ich weg hallo wie geht es hin ha ha du dachtest wohl ich arbeit für die syfco ja ihr seht alles gleich aus keine ahnung lacht ich eigentlich nicht aber vielleicht hast du dass ich es sagte das kann gut sein aber ich dachte das nicht sander räumt hier richtig krass auf doch leise mann warum 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 okay ein level habe ich verdient das habe ich verdient 41 ich mag auch junge laber nicht einfach verrecken bärm fick dich weg eine mini meck ich fähig dich weg dachte ich wollte ich sag das f-wort was mache ich aber nicht feierabend ich gehe nach haus finde gut und lass mich in ruhe gut da oben ich glaube da ist ein gefangener vielleicht sagte gibt er mir ein team nicht ganz nett bitte bitte fragt du bist ganz schön mutig das bist du nicht aber das dachte er weil er so viele pokémon hat und nämlich jetzt nerven relaxer auch relaxer down shit erholung dann brauchen wir nämlich nichts verschwenden erholung und getriggert was wird es jetzt paralüse auch weg soweit ich weiß ist es aber nur soweit dass hier in den ersten gens war dass es überschreitet das ist halt jetzt schlafen überschreitet das gift das überschreitet das einfach so und jetzt kriegst du so ein bodyslam mit der zähne und da gehen die kaputt und da weinst du geil ein aber hat auch keine chance man das aber gebe ich noch mal so richtigen kopf schnurten kopf schnutsch hier und dann geht es kann total hat man der lachse level 40 das wäschende für sich wahrscheinlich auch das morgen kommt geht mir weg mit diesen loops die red ich doch easy bro mlg die free 60 no scoped mountain dew und doritos gesnackt keine chance das ist nicht aus für euch bingo hallo hier ist es sehr gefährlich du wirst mich nicht retten können doch es wäre fatal wenn das team rocket die silvko oder unsere pokémon übernehmen würden ja ich bin aber ziemlich sicher dass man lapras irgendwo bekommen kann das team rocket ist hinter dem meisterball her mit dem man jedes pokémon fangen kann mit dem meisterball ist hundertprozentige wahrscheinlichkeit ein pokémon zu fangen und das wollen sie natürlich haben natürlich jeder haben klar hau lieber ab sonst rufe ich verstärkung genau ich bin der nikolaus hier waren wir überall schon die tasche haben wir schon durch die folge ist ja schon zu ende aber wir sind schon bei der wende leute ich würde sagen wir haben die nächste folge wenn wir dann die silvko hoffentlich und wahrscheinlich durchmachen wenn sich gefallen hat dann lasse positive wertung da ihr könnt gerne einen kommentar schreiben das würde mich freuen abonnieren und die glocke anschalten damit ihr nichts mehr verpasst ihr könnt ihr darauf klicken wenn die neue folge schon darauf ist und ansonsten wenn ihr irgendwas verpasst habt geht auf die playlist und sucht nochmal durch haut rein leute und wir sehen uns das nächste mal wieder wenn es heißt auf mein bloßt schau